hallo hallo habe ich extra die haare schön gemacht was sagen wir wohin damit ich spiele gleich luftgitarre habe die luftgitarre lieben heute von der luft und von der liebe ich will sein wenn ich kochen soll ich weiß auch nicht wir können nudeln mit ei und ketchup machen hackfleisch frikadellen miteinander zu spät mein gott immer mit der blöden kocherei und erst mal denn der weiß ich jetzt noch nicht aber was müssen wir ja essen 20 eier haben ja dann kochen wir jetzt 20 eier essen keine ostern jeden tag der selbe scheiß immer wieder geht es darum was essen heute was essen ja aber das ist auch manchmal so wenn ich wohl drauf ich schon hab das willst du nicht und was du drauf hast dann hab ich da keine hunger drauf das passiert ja schon mal jeden tag dieselbe scheiß jeden tag kochen 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 oder essen man weiß ja gar nicht mehr was man kochen soll manchmal jetzt am wochenende oder so da habe ich ja schon mal geguckt aber für zwei tage was hat ja dann müssen wir tofu machen das mache ich nicht mehr soll man denn heiße fritteuse machen soll man fritten machen soll man kartoffeln machen jeden tag dieselben ja aber fritten hat man jetzt dann kann ich ja auch nicht mehr so nicht mehr die bohnen mit mit kartoffeln und kotelett ja dicke bohnen kartoffeln habe ich aber kotelett muss ich dir denken aber nicht miracoli habe ich nicht hier da müsste man noch einkaufen gehen habe ich keine lust dazu wissen ja ein bisschen was ich jetzt kann ich auch trinke brauchst zusammen hast du mir die kirche heute morgen in der richten die hier softdrinks wollen die 20 prozent teurer machen auch teurer die sind schon teurer wir haben gesagt weil es so viele dicke gibt und weil das so ungesund wird für diabetes und was weiß ich machen ja alles teurer und essen in den restaurants machen sie teurer jetzt fangen sie an mit mit der softdrinks das muss doch eigentlich jeder selber wissen was er isst und was er trinkt oder sag mal ach das ist mir scheißegal wir reichen langsam was willst du denn machen was willst du denn ändern ich kann ja nichts ändern ja siehst du ich kann auch nichts dran ändern das ist ja ohne zucker aber das ist ja ohne zucker ach keine ahnung der frage ich mich nicht mal so so viel trinke ich nicht die kriegen uns schon kaputt ich wollte gerade sagen die machen nicht einen immer schwerer die also auf was die für ideen kommen ja unglaublich so jetzt haben wir wunderte probleme gemessen wann müssen wir essen ich meine ein bisschen muss ich haben muss ja nicht viel sein aber so ein bisschen ich habe keine idee du kochst jetzt was ich mache nur mit mit ei und ketchup aber ist ja nicht schlecht hast du ihm noch nicht gesagt ja aber ich habe jetzt auch keinen bock mich jetzt dahin zu stellen ich habe mir ja gesagt wie genug und vielleicht muss ja auch nicht jeden tag sein wer aber schön du bist ein fleisch fressende pflanze ja ich brauche fleisch muss ich nicht immer jeden tag haben dann erst mal einen chucky der sitzt da hinten und wartet ja das ist auch schon ein halbes hähnchen halbes hähnchen ich meine ich mache jetzt noch hier eine stunde bis das alles da ist und danach mache ich noch alles wieder sauber leckeres steak braten dann haben wir doch gar nicht da gehst du das holen hast keinen bock der das stinkt da rein ne ja machen wir so ein steak mecker hier von tefa ich meine das ist ja nicht schlecht aber das ne und das spiel haben wir jeden tag fast jeden tag frage ich was immer zu essen oder was machen zu essen meistens haben wir ja dass mir was einfällt oder ich habe noch irgendwelche sachen eingefroren aber heute hast du nicht hunger sind wir denn die einzigen die die probleme haben nein jeder fragt was kochst du heute oder diese kocherei du kochst zwei stunden für irgendwas und in fünf minuten hast du gegessen ja der ist immer so meine güte das ist wirklich so und du bist ja wirklich nicht viel das lohnt sich doch schon gar nicht für dich zu kochen naja aber trotzdem musst du ja was essen na wir gucken jetzt mal ja aber gucken mal irgendwann wird ein schleim fallen aber halbekuchen ist ja der blick so halbekuchen ist für mich kein essen da esse ich mal ein zwei mit apfelmus gerne aber dass ich da sage wo ich reibe kuchen und bin das ist dann mein essen meine oma jetzt früher immer noch eine vorsuppe dazu gemacht die hat meistens immer schweißen immer genau entweder eine kraupensuppe vorher gemacht und danach die reibe also immer vorher vor der reibe kuchen eine suppe da wird immer okay naja dann ist das ja anders da wird aber guck mal ich seh mich ja nicht sehen und backe jetzt hier vier reibe kuchen ich esse nicht mehr wie zwei da hast du keinen bock da hier ist mir die befertigung machst du mal reibe kuchen ja ich schäbe gerade eine kartoffel und eine zwiebel und früher hast du einen teller gemacht ja und die waren schon weg die waren dann nicht kalt da waren die schon weg ich habe die weg geknallt und heute also ich zwei und muss mich fast übergeben weil ich vollgeflascht bin naja na gut uns fällt schon was ein und wir werden morgen berichten weil es heute gab ja morgen gehen wir übrigens auf die kinopremiere von tom barkal morgen abend 19 uhr wir machen aber ein video ja wir machen ein video ein kurzes und samstag sind wir auf der aids gala dann machen wir auch ein video dann machen wir auch ein video aber auch kein kurzes kein kurzes ne machen wir das länger ne ok ja ok habt ihr die probleme auch also sagt mal was jeden tag diskutieren wir was können wir heute essen ich könnte zum beispiel jeden tag kann ich reis mit putenfleisch essen mit ketchup ein bisschen ketchup dabei ich esse auch den reis kalt das putenfleisch esse ich auch kalt wieso putenfleisch? hänchen ist doch scheißegal ob hänchen oder pute ne pute und hänchen ist was anderes wir kaufen fast nie pute ja das ist auch real die pute ist immer viel zu hart ich mache ein pute auf weihnachten im backofen ist schön weich aber die pute ist doch viel zu hart wir machen immer hänchen unsere videos gleisen immer aus irgendwie ich verstand das auch nicht ich will mal ein ganz seriöses video machen ja wann haben wir denn mal pute gekauft ja gar nicht aber was sagt doch putenfleisch ich habe früher nur pute gekauft ist doch dasselbe ist doch beides weiß und gesund so ich habe dazu gesundes weiß ich nicht aber man essen nicht überwiegend hähnchen ja ja dann machen wir halt hähnchen mit reis und ketchup oder fisch wir haben keinen fisch hier doch fisch und hähnchen das führte ist unendliche wenn wir jetzt weitermachen ja dann sitzen wir morgen früh immer neu dann können wir frühstücken dann hätten wir auch ein live video machen können hätten wir dann mal ausdiskutiert mit euch was jetzt besser ist putehähnchen oder fisch ja oder ich kriege mal flügel ach Leute naja von Big Brother brauchen wir nichts zu erzählen Bildschirmkontrolle mit Oliver Bocher brauchen wir auch nicht darüber zu erzählen Big Brother das handelt sich ja jetzt wieder um die Kleinst genau wie der Dschungel das war nur um die Kleinst und jetzt ist der Big Brother auch fast nur um die Kleinst ja 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 schrecklich die können sich ein eigenes TV-Format machen ja können sie machen bei Arte die Kleinst bei Arte die Kleinst bei Arte okay schönen Abend noch macht es gut bis später tschüss tschüss tschüss